Hallo Camper, wir sind wieder unterwegs. Wir verlassen Binidorm und fahren weiter in Richtung Süden. Unser Ziel ist Camping Aria Los Alcazars, kurz vor Katagena. Wir fahren also über die AP7 und teilweise heißt es auch A7. Da muss man gucken, da liegen beide Autobahnen auf einer Strecke, sind gebührenfrei. Dann heißt es ja A7, AP7. Gibt es teilweise noch Bereiche, die man bezahlen muss. Hier sind wir gerade durch eine dieser Mautstationen gekommen und zwar geht das los in etwa südlich von Alicante. Da gibt es Teilbereiche, da muss man für Autobahnen nochmal zahlen. Wir bleiben aber auf der AP7, weil wir über die Strecke näher an unser Ziel herangeführt werden. Die A7 führt etwas weiter weg davon in Richtung Süden. Hier eine Übersichtskarte, dass man da eine Vorstellung kriegt, wo das ist. Wir fahren von der Autobahn ab und kommen nach Los Alcazars rein. Hier müssen wir in den Ort hineinfahren. Dieses Tor kennt glaube ich schon so mancher. Da sind schon so einige YouTuber mit ihren Wohnmobilen durchgefahren. Heute wir auch das erste Mal auf dem Weg zu unserem Stellplatz. Wir folgen dem Navi, kommen in diese Wohnbereiche wieder rein. Das ist aber alles okay. Bis wir dann feststellen, hier sind wir falsch. Das ist ein Platz, der ist unmittelbar neben dem, den wir ansteuern wollen. Und zwar hatten wir Kenntnis erhalten von Taxi Teo, dass dort Platz ist. Die haben für uns da einen reserviert. Wir müssen also umdrehen und fahren dann zu dem Platz, wo wir hin möchten. Der schließt in nördliche Richtung direkt daran an. Hier fahren wir mal wieder durch die engeren Straßen, aber das ist okay so. Andere Strecke gibt es nicht. Da muss man eben durch. Wir folgen der Beschilderung natürlich. Wie in vielen Bereichen in Spanien, wo die Straßen nicht, wer weiß wie breit sind, ist alles Einmalstraßenregelung. Hier geht es dann rechts ab und am Ende müssen wir dann nochmal rechts fahren. Und da ist dann die Strecke, über die wir auf unser Ziel dann zusteuern. Ich lasse die Kamera jetzt laufen. Das sind nur noch wenige hundert Meter bis zum Ziel, damit man dann wieder für jemanden, der noch nicht da war, eine Vorstellung hat, wie die Strecke aussieht und ob er dann richtig ist. Ich hatte es schon erwähnt, Taxi Teo ist dort auf dem Platz. Und Manuela, wir haben seit einem Jahr immer mal wieder lockeren Kontakt. Und es ist auch ganz nett, wenn wir uns mal wieder treffen, so zwischendurch. In diesem Fall ist es so, dass Teo auf dem Platz war, festgestellt hat, da ist doch gerade was frei, weil die Plätze ja in dieser Zeit sehr gut angenommen und ausgebucht waren. Eigentlich hatte er die Möglichkeit, uns da einen zu reservieren. Er verriet uns dann, dass wir da treffen werden, Sigi und Silvia. Die werden auch einige von euch kennen. Sigi betreibt den YouTube-Kanal Die Welt ist unser Ziel. Er nutzt dazu eine 360-Grad-Kamera, die er dann vor allen Dingen am Fahrrad hat und uns da die Gegenden, in denen er mit seinem Fahrrad unterwegs ist, dann vorstellt. Wir haben unser Ziel erreicht. Wir fahren jetzt hier rechts auf das Gelände des Campingplatzes. Hier links ist die Anmeldung. Und wir werden auch erwartet von Taxi Teo und von Sigi. Sigi hat in seinem YouTube-Kanal unsere Ankunft, in Anführungsstrichen, in seinem einen Video auch dann vorgestellt. Hier nochmal die innerörtliche Streckenführung, über die man dann den Platz erreicht. Da kann man sich das nochmal angucken. Nicht, dass man auch beim Falschen landet, so wie wir zunächst. Ja, wir melden uns an, haben einen Platz gleich in der Nähe gefunden. Hier links, da sieht man so eine Art Dächer. Das ist also zwei Durchgänge Reihen mit Solaranlagen, die den Strom dort produzieren. Ich fahre aber erstmal rechts drauf. Da ist ein größerer Platz frei, damit wir da unseren Smart ausladen können. Danach fahre ich dann weiter auf unseren eigentlichen Stellplatz. Wir stehen dann in einer Reihe neben Theo und ein Fahrzeug weiter steht Sigi. Jetzt möchte ich euch erstmal kurz den Platz etwas vorstellen. Hier sehen wir das kleine Sanitärgebäude, was auf dem Gelände vorhanden ist. Es ist Containerbauweise. Außen am Gebäude sehen wir hier die zur Verfügung stehenden Waschmaschinen und die zwei Trockner. Diese Gasflaschen dienen der Heißwasserversorgung. Die kann man also da am Platz nicht kaufen. Auf der anderen Seite des Gebäudes draußen haben wir dann die Spülsteine, um sein Geschirr abzuwaschen. Wenn man jetzt an der Ecke vorbeigeht, dann kommt man zur Tür, um dann in den Herrenbereich reinzukommen. Hier sieht man schon am Rande noch, das ist eine kleine Bullbahn. Ich bin dann abends da nochmal hingewiesen, damit ich das ungestört filmen kann. Wir erkennen, dass das nicht, wer weiß wie groß ist, aber es ist ausreichend für den Stellplatz. Die meisten benutzen da auch ihre Fahrzeuge, um zu duschen. Die wenigsten gehen dorthin und suchen die Räumlichkeiten im Sanitärgebäude auf. So habe ich den Eindruck. Es ist, wie gesagt, nicht, wer weiß wie groß. Es ist aber ausreichend und vor allen Dingen sauber. Die Duschen müssen gemünzt werden. Man konnte es eben erkennen, 1 Euro für 5 Minuten, 2 Euro für 10. Draußen, hier haben wir das, ist eine kleine Bullbahn angelegt. Die ist direkt neben dem Sanitärgebäude. Und hinten links in der Ecke, da ist dann die Entsorgungsstation. Die ist gut anzufahren, auch mit größeren Fahrzeugen. Jetzt kommt der Schwenk, man sieht es. Die Entsorgungsstation ist wirklich großzügig angelegt. Hier rechts haben wir die Möglichkeit, die Kassettentoilette zu entleeren. Da hängt auch dann ein Blauch dran, um die nochmal zu spülen. Am Ende haben wir eine Säule, da kann man Wasser zapfen. Das ist übrigens die gleiche Säule, wie an den Stellplätzen steht. Es ist also baugleich. Wenn man jetzt guckt, da haben wir einen Bodeneinlass. Da ist ein Loch vorhanden. Da kann man den Schlauch für das Grau- und das Schwarzwasser einführen, um das dann abzulassen. Hier jetzt mal ein Blick auf die einzelnen Stellplätze. Die sind alle gleich, komplett geschottert. Ja, einen Nagel kriegt man eigentlich nicht in den Boden so richtig. Die Größe ist in etwa bei den kleineren Plätzen 10x7 Meter. Und es gibt dann auch größere Plätze. Dies kann man sehen auf einer kleinen Karte, die ich nochmal eingeblendet habe. Da sind die Maße drauf. Hier kommen wir zur Rezeption, wo man sich dann auch seine Päckchen abholen kann, die man sich nach da zuschicken lässt. Ich habe hier das Bild eben mal eingeblendet. Das ist so ein Abriss einer Amazon-Lieferung. Das war also ruckzuck da. Da kann man wirklich nicht meckern. Die Sendungen kommen aus Deutschland. Von daher gesehen kann man das ruhig machen, wenn man ein paar Tage auf dem Platz sich auffällt. Das kommt da ruckzuck an. Ich bin jetzt mal aus dem Tor rausgegangen. Das sind die Strecken, wo die Hundebesitzer unterwegs sind. Rechts runter geht es dann zum Strand. Das sind ungefähr 800 Meter, bis man dann zum Wasser kommt. Man befindet sich dann an der Salzwasser-Lagune Mar Menor. Hier ein Blick auf unseren Stellplatz. Dies Dach darüber, hatte ich eben schon gesagt, das ist eine Solaranlage. Silvia ist unterwegs und zwar mit Manu. Die beiden Frauen haben sich eine Shopping-Tour vorgenommen. Das geht ganz gut. Los Alcazarres hat mehrere große Märkte. Vorhanden ist auch Aldi, Lidl, Mercadona und Konsum. Also was die Nahversorgung angeht, ist Los Alcazarres sehr gut bestückt. In Nähe zum Stellplatz, das ist auch zu Fuß erreichbar, gibt es ein Einkaufszentrum. Leider sind dort alle Geschäfte geschlossen, bis auf ein Café und der Diarmarkt. Der Diarmarkt, wie gesagt, ist vom Stellplatz auch zu Fuß gut zu erreichen. Und die Versorgung ist auch dort einwandfrei gegeben. Wir sind dann auch mal mit dem Auto weiter runtergefahren. Los Alcazarres, der Ort, ist ziemlich lang. Wir haben also das Auto genommen und sind dann mal zum südlichen Ende gefahren, um uns da an den Strand zu begeben. Und zwar sind wir da in Hafennähe. Hier ein Blick auf das Hafengebäude. Und das ist der Blick über die Salzwasserlagune Mar Menor. Das sind ungefähr, wenn man gerade rüber guckt, acht bis neun Kilometer bis zur anderen Seite. Da gibt es einen Landstreifen La Manga. Das ist bebaut. Man sieht da Hochhäuser stehen. Wir sind dann auch da mal hingefahren. Da werde ich dann später mal drüber berichten, in einem eigenen Bericht, weil wir von Los Alcazarres aus mehrere Touren unternommen haben. Das werde ich dann in einem eigenen Bericht mal zusammenfassen. Hier mal ein Bild zu Mar Menor. Silvia und ich haben es uns erstmal gut gehen lassen. Am Strand an der Promenade befinden sich einige Kunstwerke, die natürlich von Silvia erstmal Besuch bekamen. Auf dem Campingplatz selbst haben wir natürlich gut Kontakt gehabt zu Sigi und Silvia, wie zu Theo und Manu. Wir haben uns öfter zusammengesetzt, haben da in der Sonne ein bisschen Zeit verbracht, ein bisschen geplaudert, waren aber auch zu einer nahegelegene Gaststätte, haben dort mal einen Abend verbracht. Man kann schon sagen, dass wir eine gute kleine Gemeinschaft waren. Hier bin ich mit Silvia nochmal an einem anderen Promenadenabschnitt. Das haben wir als erstes aufgesucht gehabt eigentlich. Da haben wir uns dann auch mal hingesetzt. Die Promenade ist eben in Los Alcazarres sehr lang. Es sind einige Kilometer, die man da zurücklegen kann. Wir können das nicht, weil Silvia ist noch ein bisschen gehandicapt nach ihrem Beinbruch. Wir sind froh, dass wir überhaupt hier unten sein können, dass das geklappt hat. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Hier nochmal ein Blick über die Lagune. Im Hintergrund konnte man Lamanga sehen. Das ist dann die Landzunge, die das Ganze zur Lagune macht. Wir haben auch hier schön das Kaffee getrunken, waren dann am Wohnmobil. Hier sieht man es. Auch Erdbeeren gibt es, wie einen Nachteil, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar liegen alle drei Campingplätze, die es da gibt, die Räume der Bahnen, Abitrag, der von Waffen, Kunstflüge und Kunstflüge stattfinden. In der Nähe gibt es dann noch eine Go-Kart-Bahn. Von der haben wir aber eigentlich weiter nichts mitbekommen. Hier nochmal eine Karte, damit man sich ein Bild machen kann, wo dort was liegt. Theo und Manu waren schon weiter. Hier verabschieden wir uns jetzt von Siggi und Silvia, die sich langsam mit ihrer Wilma auf dem Weg nach Deutschland machen. Unterwegs werden sie noch hier und da anhalten. Sie haben dann noch mehrere Punkte, wo sie sich was kaufen wollen. Sie haben also einen festen Plan. Das war es jetzt erstmal zum Platz Los Alcazars. Ich hoffe, der Bericht war wieder informativ. Ich hoffe auf einen Daumen hoch und dass wir uns später wiedersehen. Abonniert doch dazu einfach unseren Kanal. Bis dahin, Tschüss!